Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Danilo bei LP. Eigentlich wollte ich als erstes die Begrüßung sagen. Achja, verdammt. Wie auch immer. Ich bin Metal Mario Master. Und jetzt machen wir weiter. Auf Scream haben wir den Saftladen regulär durchgespielt. Und jetzt machen wir mal Gelee Fatal. Gelee erinnert mich immer irgendwie an Apfelmus. Apfelmus. Apfelmus ist geil. Magst du Apfelmus? Nein. Warum nicht? Ich habe gegessen. Ist geil. Ich habe noch nie Apfelmus gegessen. Das ist toll. Oh. Na sie mal. Ach. Okay. Danke. Einfach so. Warum hast du? Du nehmen. Oh. Oh. Ich will gerne. Wie wollen die beiden überhaupt noch aus ihrem Fell rauskriegen? Weil Gelee ja unfassbar klebrig ist. Oh nein. Das war dumm. Oh Gott. Ich war mitten die Kälfers gestorben. Ich glaube. Ja. Da waren wir so komisch. Aber ich hatte so eine Bombe. Ahh. Ich habe so eine Bombe. Dauer. 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 Gehen wir das. Dauer. 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 es war mit dem ratten das waren steuern das war eine höhle aber keine fabrik nöden gibt es also käse also wie auf dem mond oder das macht keinen sinn okay hat einmal darauf und die dinger drehen sich dann kannst du echt einen anderen spieler nicht gut manipulieren ja das tut mir leid wir haben es dran gott hat wird uns bestimmt nicht in den weg kommen nein nein so macht man ja ich habe nur so selten dem ich da rausgucken links gedrückt der bleibt verstehen ich dachte der wird irgendwann mal stehen bleiben da haben wir im hintergrund du spielst zuerst warum ich so schwer jetzt ohne halt warte mal zurück bleibst du stehen da oben ja da komme ich aber so nicht über jetzt lass mich mal so geht's doch so geht's ja mein gott ist das täglich habe ich noch nie wieder auf meine krawatte raus und also mehr und da ich muss auch irgendwo gegenwärtig stimmte sehr schön nochmals die einsamen oder es ist ein großer ich wollte mir natürlich den boden fallen kann einfach so das meine mit dir und dennoch schreien ok ich habe irgendwie zu 2 kommst du rüber ok ja wie machen jetzt ja so war entschuldigung ja macht das ja ich mir meine eigenen damit Ja Ich glaube wir haben ja in letzter zeit klappt es irgendwie ja Da müssen wir beim schweren da bin ich noch mal vorbeischauen Ich vergesse ich vergaß die karl die müssen wir auch noch machen ja Ich habe Angst davor ja ich traue auch jeden tag von denen Einfach nur so ein bitt mich nicht so irgendwo runter Ja Eis im spiel und unten kommt noch der brust gleich Ich glaube wir müssen so zwei machen Ja die und dann die eine Sechste level und noch das b-level Ja was machen das 6 level oder das b-level Bereit dafür Wissen wir bei meinem nächsten patrick mit dem boss anfangen ja Ja Ich sehe schon das wird ein rutschiges level Ja Ja Das ist völlig rutschig bei karl rost Ja Jetzt sind schon mit der händelore kub machen kann oder Ja 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 kaputt machbar sind kaputt das könnte vielleicht gemacht werden wir haben wir haben schafft wenn man rennen schafft sie nicht wieder sehen daran da hat mich gespießt das ist gesehen spiel wie eine banane ja da ist aber auch ich habe gar nichts mehr verrückt eine bolle böhre der reine lebensgefährlichen belohnen doch die jähne kaputt na ja ich habe doch ein ganz weil er nicht darunter hey oh ja wir müssen vorbeider ausgerechnet wir haben trotzdem gerne wissen was der hinter ist von kairoff dann funktioniert das nicht mal gehen zurückkomme mann dass sich zugänglich ist ich habe von den beach body ich bin zerquetscht da müssen wir auch noch was machen ja und verrutschen rechtlich ja bei der bananen auf alle benahmen ist leicht ein gewissen nee ich kann nicht weiter da sind dauerlutscher wie habe ich das überlebt ich weiß ich nicht das überlebt haben so schwer ist die da wir jetzt eigentlich auch nicht ich habe gewünscht war und bewegt sich nicht ob der schade gesagt hat irgendwie verkundet aus da wollte ich da habe ich dir das hat verheben war also was ich weiß es nicht nein nein alle buchstaben doch jetzt denkt bevor ich mich umschlagen egal alle buchstrahlen hat reichen ja da kann ich zufrieden augegen bonus die 2b level bei dem boss anfangen ja das ist das karl ja marmeladen formeladen auf zu den marmeladen promenaden da wollte ich nicht noch mal hin ja fast so schön wie disneyland was ist es bei es ist ja man jetzt hat gefühl okay ich hab jetzt aber so genauso und mein gott was mache ich gar kein mitgegangen dass du da es gefällt mir nicht das war auch schwierig bisher aber diese teile nein ich weiß spiel das war ich ganz ruhig wir haben noch 15 sekunden wir sind so gut nein ich bin daneben gesprungen das denn passieren kann ich habe nicht gerecht stoffen es ging rote fliecher voll aber wie gesagt er hat gedacht den stock des stadt als stacheln da muss doch irgendwas sein ja ja da ja meine brücke kommt immer wieder von neu ja aber wie solchen so darum kommt jetzt so schnell bringen da konnte ich habe ich aber nie die war kaputt gemacht zumal zufrieden ja wir haben das kaputt gemacht sein tag ist komplett das weiß ich nicht gedacht nein ich hab's nicht gesehen okay noch mal war das war nicht wer hier schiri spiel stopp wie wird cranky im perfekten schädler abgeben ich sterbe das war nicht das ist eine verlorene kunst dann haben wir eigentlich gar nicht genug davon haben noch einfach als ich gedacht wieder haben ist ja ich bin zufrieden warte machen wir haben wir für eine banane unser leben muss kehrt wissen oh gott ja ja aber wir haben wir mal da oben tatsächlich ich habe eigentlich links gemeint aber okay meins links meine plattform glaube ich kann man glaube ich dass man mal lieber da ist dann da drauf war doch mich war gerade später gemerkt da wollte ich machen genau ich bin ein bisschen nach links ist aber aber und eben dass man nicht wie lang ist das level noch ich glaube da kommt man rein da kann man rein ja ich glaube ich kann rein sagen sagen sie haben auch so könnte man das kaputt machen damit ja vielleicht will ich mir doch nur ein ja ich habe gemacht das ist ein haus gezeichnet und das war sogar beim sterben bin ich aber es war okay dann müssen sie glaube ich sogar schnell schnell aber wir wissen zu schnell wenn sie ja du schon direkt da rein stecken du musst habe ich doch du bist nicht gedrückt da kann man stachel bär direkt nein warum denn jetzt ja jetzt nein nein warum nicht direkt jetzt ich glaube ich glaube dass ich war bestürzt wieder alles also gezeichnet ausgezeichnet heute läuft dann nächsten part der nächste boss ja dann die nächste welt so anspielen ich hoffe es euch gefallen wenn es euch gefallen hat ihr wisst wie ihr es uns zeigen könnt genau und damit tschüss bis zum nächsten mal